Oh, dieser blöde Koffer. Jetzt habe ich es erwartet. Ja, ich wollte nur auch kurz euch, Hallo Kinder, einen schönen Tanz in den Mai und überhaupt einen schönen Frühling wünschen. Genau. Ich finde der Mai so ein schöner Monat und dann kommen die ersten Käferchen und wenn du mir ein Äpfelchen noch hinlegst. Igel, magst du auch mit Mikrofon singen? Ja, natürlich, natürlich. So, hier ist nämlich das. Aua, 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 nicht auf die Augen. So, eins, zwei, Test, Kinder, könnt ihr mich hören? Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ähm, Lisbeth, eigentlich ist das ja, ähm, Achtung, ist das ja Quatsch. Eigentlich müsste man singen, lieber Mai. Mai, oh, du lieber Mai, du lieber Monat. Mai, oh, du lieber Monat. Mai, tanz in den Mai. Und wenn ihr dann noch ein schönes Äpfelchen für mich habt, oh, dann freue ich mich. Mh, 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 oder ein schönes Käferchen. Mh, mh, die sind so lecker. Mh, 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 mh. Oh, uiuiui, jetzt liegt es aber da am Boden. Eins, zwei, Test, Test. Könnt ihr mich immer noch hören? Mh, 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 mh. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, tanz in den Mai, Maria, Mai. Mh, 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 mh. So, und das geht ja, das geht so viel besser als das Ding auf den Ohren zu haben. Ach, ist ja so viel einfacher. Tschüss, Kinder. Macht's gut und tanzt schön in den Mai hinein. Und ich suche mir noch ein Äpfelchen.